Seit 75 Jahren steht Lamprecht Transport für individuelle Transport- und Logistiklösungen. Viel Tradition und viel Erfahrung für ein Familienunternehmen, das bereits durch die vierte Generation erfolgreich geführt wird. Als international agierendes Unternehmen ruhen wir uns jedoch nicht auf unseren Lorbeeren aus, sondern entwickeln uns und unser Angebot fortlaufend weiter. Dafür setzen wir uns tagtäglich ein, mit über 300 Mitarbeitenden und verschiedenen Tochterunternehmen in unterschiedlichen Spezialgebieten und Märkten. So haben wir in den letzten Jahren unsere Marktposition in den USA durch neue Firmenakquisitionen weiter ausgebaut. Mit unserem Schweizer Logistikcenter in Pratteln runden wir unser Gesamtangebot ab und bieten Ihnen als Kunden zusätzliche Möglichkeiten und Kapazitäten. Wir sind stolz, für eine Vielzahl renommierter und global agierender Unternehmen tätig zu sein. Wir verstehen dies als großes Kompliment gegenüber uns und unseren Mitarbeitenden und sind überzeugt, auch Ihnen im Bereich Transport und Logistik moderne, effiziente sowie wirtschaftliche Lösungen aufzuzeigen, die Sie weiterbringen werden. Machen Sie sich ein persönliches Bild über uns und unsere breit gefächerten Dienstleistungen. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre geschätzte Kontaktaufnahme.